Neues Entlastungspaket beträgt mehr als 65 Milliarden Euro. Israels Präsident und Franziska Giffey besuchen Brandenburger Tor. Hertha BSC Berlin mit den ersten Saisonsieg. Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 5. September. Die Ampel-Koalition hat sich auf ein drittes Entlastungspaket für Bürger in Deutschland geeinigt. Das dritte Entlastungspaket soll ein Gesamtvolumen von mehr als 65 Milliarden Euro haben wie aus dem Beschlusspapier des Koalitionsausschusses hervorgeht. Wie bekannt wurde, soll es eine Strompreisgrenze für den Grundverbrauch geben, ein erhöhtes Kindergeld, Hilfe für Rentner, Auszubildende und Studierende sowie steuerliche Entlastungen. Ein neues bundesweites Ticket für den öffentlichen Nahverkehr will die Regierung auch unterstützen, allerdings soll das dann deutlich teurer als 9 Euro werden. Nach der Verständigung der Ampel-Koalition auf ein drittes Entlastungspaket hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst Bund-Länder-Beratungen zu dem Thema gefordert. Wenn die Länder mit bezahlen sollen, müssen sie auch mit entscheiden können, sagte der aktuelle Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Die von der Ampel-Koalition geplanten Eingriffe in den Strommarkt sind nach Einschätzung des Wirtschaftswissenschaftlers Michael Hüther zu vage. Die Besteuerung der Zufallsgewinne bleibt ebenso unkalkulärbar wie die daraus folgende Entlastung der Stromkunden, sagte der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft der Rheinischen Post. CDU-Parteichef Friedrich Merz hat vor einem Ausfall der Stromversorgung im Winter gewarnt, falls Deutschland am Atomausstieg festhält. Es droht eine vollkommene Überlastung des Stromnetzes im Herbst und Winter sowie eine mangelhafte Versorgung mit Strom, wenn nur jeder fünfte Gaskunde diesen Winter mit Strom heize, verdopple sich der Strombedarf der privaten Haushalte, sagte Merz der Bild am Sonntag. Der Kinderschutzbund hat die von der Ampel-Koalition geplante Erhöhung des Kinderzuschlags für Familien mit niedrigem Einkommen als unzureichend kritisiert. Die Erhöhung des Zuschusses um 21 Euro monatlich enttäuscht mich, sagte Vereinspräsident Heinz Hilgers dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die einkommensschwachen Empfänger dieses Zuschlags geben einen Großteil ihrer Einnahmen für Lebensmittel aus. Da liege die Inflationsrate aber nicht bei rund 7 Prozent, sondern doppelt so hoch, merkte Hilgers an. Städtetagspräsident Markus Lewe hat die Länder aufgefordert, gemeinsam mit dem Bund einen deutschlandweiten Nachfolgefahrschein für das 9-Euro-Ticket auf den Weg zu bringen. Die vom Bund vorgesehenen Mittel für solch ein neues Nahverkehrsticket würden bei weitem nicht reichen, sagte Lewe der Düsseldorfer Rheinischen Post. In Litauen sind die ersten deutschen Soldaten für die NATO-Brigade zum verstärkten Schutz des NATO-Partners eingetroffen. Mit einem Schiff wurden Truppen der Panzergrenadierbrigade und Militärfahrzeuge über die Ostsee in das baltische NATO-Land verlegt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht den Kampf gegen Antisemitismus als elementar für die Demokratie in Deutschland. Es erfüllt mich mit Zorn und es beschämt mich, dass Juden sich nach wie vor nicht sicher fühlen können, ausgerechnet in unserem Land, sagte er beim Staatsbankett zu Ehren des israelischen Staatspräsidenten Itzschak Herzog. Steinmeier betonte zudem, wir Deutsche bekennen uns unverbrüchlich zum Existenzrecht und zur Sicherheit Israels. Die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat heute gemeinsam mit dem israelischen Präsidenten Itzschak Herzog und seiner Ehefrau das Brandenburger Tor besucht. Der israelische Staatspräsident ist seit Sonntag auf einem dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich erleichtert über die Verständigung auf eine Entschädigung der Hinterbliebenen des Attentats auf israelische Sportler bei den Olympischen Spielen 1972 gezeigt. Zwar räumte er zu Beginn des dreitägigen Staatsbesuchs des israelischen Präsidenten Itzschak Herzog in Deutschland ein. Dass es 50 Jahre gedauert hat bis zu dieser Verständigung ist beschämend. Er sei aber überzeugt, dass das kein Fall bleibt, der die deutsch-israelischen Beziehungen belastet. Der israelische Botschafter in Deutschland Ron Prosor hat sich empört über eine Berichterstattung über die Opferzahl des Olympia-Attentats in München gezeigt. Bei Twitter schrieb er, man müsse kein Genie sein, um auszurechnen, wie viele Opfer es bei diesem Massaker gab. Die fünf Terroristen zu zählen ist, als würde man Anis Amri zu den Opfern des Anschlags auf dem Breitscheidplatz zählen. Der RBB löschte den alten Tweet und entschuldigte sich dafür. Die Zahl unerlaubter Einreisen über die tschechisch-deutsche Grenze erreicht einem Medienbericht zufolge ein Rekordhoch. Die Bundespolizei habe im Juni 2022 rund 2000 unerlaubte Einreisen festgestellt, berichtete die BILD unter Berufung auf einen Bericht des gemeinsamen Analyse- und Strategiezentrums Illegale Migration. Das entspreche einer Steigerung von 140 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei der Pyronale am Freitag und Samstag wurde der Himmel über dem Maifeld nach zwei Jahren Pause wieder mit buntem Feuerwerk aus sechs Ländern erleuchtet. Das Team Blikas aus Litauen schoss sich auf den ersten Platz, Estland landete mit Pyrocom auf dem zweiten und La Pyrotechnica di Colombo aus der Schweiz auf dem dritten Platz. Das internationale Feuerwerkschampionat war auch dieses Jahr wieder gut besucht. Am fünften Spieltag der Fußball-Bundesliga spielte der erste FC Union Berlin zu Hause gegen den Rekordmeister Bayern München 1 zu 1 unentschieden und holte einen Punkt. Hertha BSC hat sich beim FC Augsburg den ersten Saisonsieg in der Bundesliga erkämpft und die Abstiegsränge vorerst hinter sich gelassen. Die Berliner gewannen bei den Augsburgern verdient mit 2 zu 0. Und nun zum Wetter. In der Nacht zum Dienstag zeigt sich der Himmel vereinzelt bewölkt und trocken bei Tiefstemperaturen von 13 Grad. Der Dienstag zeigt sich überwiegend bewölkt und trocken bei Höchsttemperaturen von 24 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017